Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Rock of Ages 2 mit Rikos, ne? Rikos. Ich überleg gerade, weil die... Potsos. Potsos. So, Ketchup. Polonia. Sorte. Ah, ja, ok, nimm ja wieder den Ding. Weil die Kurven sind mit dem scheiße. Ich muss das halt richtig nehmen. Was? Ah, wir müssen in die Kanone reihe. Ui. Ich bin, glaube ich, etwas zu weit geflogen. Ja, natürlich. Natürlich. Wo musst du fangen, ne? Natürlich. Vor der Kanone. Easy. In die nächste Kanone reihe wieder. Ah, ist das zu... Ich dachte schon, es wäre zum Kotzen. Wer bist du hinter mir? Nimm nicht weit. ELEFANTEN. Nein, du kannst... Was war nicht schon wieder? Ah. Warum... Warum hast du... Warum bist du... Warum bist du vorher zu mir rübergekommen und hast mich aufgeholt? Was? Was ist... Was war denn das jetzt? Hä? Hä? Wir sind irgendwie ineinander gesteckt. Geiler... Geiler... Und in die Kanone rein. Und in die Kanone rein. In die Kanone rein. Nein. Ich komme nicht bis ganz rüber. Ich komme nicht bis ganz rüber. Geil. 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 Heil. Nein. Es kann nicht passieren. Scheiße. Aber du� building. Ach du. Und wir sindhythmisch. Also nicht besser. Ich sprühe auch mir nicht. Wie ich schon wieder einmal vorgelegt bin und verliere. Wie bist du denn schon wieder so weit vorn? Sag mir das, Ricky, sag mir das. Ich werde doch schon gestoppt. Daだ da da da. Das ist der Schlag. Das ist der Schlag. Das ist der Schlag. Ich habe es gehört. Ich habe es geliebt. Ich habe schon wieder nicht bis kurz vorgegeben. dann dann ja dann ich auch nicht ja jetzt geht es über ja Ja, easy game, easy game, da ich sagen Okay Natürlich, mich blocken die voll ab, was ist das für eine Scheiße? Wer hat das schon verdient, haben wir ja gesagt Nein, die können nicht ganz rüber Ich auch nicht, obwohl, doch Zu weit, zu weit, zu weit Was war denn das? Was ist passiert? Irgendwas hat mich getroffen Ich schiebe den Nippel ganz rüber Brems, brems, brems Ich wünsche wieder den Nippel, bis ich ganz rüber käme Warum käme ich nie bis ganz rüber? Ach, das ist das Schiff Brems Was für ein Schiff? Jetzt könnte ich nicht ganz rüber kommen Ah ne, schaffe ich doch Vielleicht sogar ein Stückchen zu weit Oh 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 Holland war meine Holland war meine Holland ist die geilste Stadt der Welt Holland Gehen wir gleich in den nächsten Karten Hast du gerade gesagt, Holland ist die geilste Stadt der Welt Geilste Stadt der Welt, ja Ja, dann müsstest du den Song von SDP kennen Ich kenn, also nicht den, nicht den England is my city Na, ist es nicht Holland ist die geilste Stadt der Welt Oh Moment Oh 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 Verarschen Du Verarschen Du Wie schaffst du das immer, dass du mir ausbrimst? Huh Oh 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 Schiff Ho ведert Hilfe Whoa Oh Alter, das wird zu kurvig dem man da wirst du mal wissen Guck mal, mehr Bahn entfahren. Oh Gott, da ist gleich, da ist gleich ein Loch. Na ja, gut, aber das war's, Spui, danke! Ah! Ach Gott, ja, ich muss Risky gehen, aber das funktioniert natürlich nicht. Und er ist schon wieder in der Burg drinnen. Ich bin nur nie weitergekommen, weil ich bis da bin. Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! So, ich muss jetzt dreimal gewinnen. Das heißt nicht. Oh Gott! Das Spiel verarscht mir, oder? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, ich bin da runtergefallen. Wir kämen noch nie drüber! Was warst du eigentlich hier? Ach lol. Darf man nicht. Okay, gut! Was, wie kämpfst du darüber? Hallo! trib stunning die größte Stück! Die gestärte nicht mehr auf. Hallo,gn summit auf! Was ist das? Die Map? Was ist denn das für eine Map? ricky was ist das eine map wo man skill braucht halt nach deinem maul weißt du ich bin ja ich denke ich mache ja schon eine abkürzung mit ricky und noch andere abkürzung so letzte karte letzte karte für das wettrennen ich kürze die abkürzung ab mal schauen ob da man schauen ob dann noch wie viel wettrennen dann doch kämen wahrscheinlich dann eher wenn man mal zu dritt sein vielleicht wir haben dass das eine hat garten eben naja okay hier schaffe ich es nicht hoch heute dass der bodenranke das ist der jack of the giants daheim der film wo obi van kenobi auch mit gespielt hat ich glaube schon ja also obi van kenobi natürlich natürlich ach gott das war zu schnell fuck das ist ja auf einer bodenranke lustigerweise hat evan mcdrager mal in einem film mit gespielt wo er die wo er sagen musste was an schädel warrior funfacts mit ricky ok erster und in der erste runde geht an mich ja in gotten eden bin ich daheim was wirklich die die mass effekt geschehen haben und treiben leute dafür gespielt hat bestimmt mein cooles let's play geschaut aber um das jetzt zu verstehen was ich mit ihnen treiben meine ich bin aber gehört hier Nein, schon wieder runtergefallen Und schon wieder runtergefallen Bullshit, ey BG-Abkürzung des Todes auf du mit Madness Also jetzt fahrst du irgendwie vorbei Immer so kurz, kurz bevor ich gewohnt habe, so Boah Mann, Mann Wie runtergefallen, das kann ja nicht sein Nein, nein Ich schon wieder an der Schallstelle, ey Nein, ich bin auch gleichgestellt untergefallen Mann Ich glaube, jetzt habe ich aber schon so Bisschen Idealroute eigentlich Oh, fuck you Mein Idealroute geht einfach instant Nein Ah, Abkürzung ist nicht gange Ah, ich bin falsch gefahren Scheiße Ich hätte dann nicht rüber dürfen Ich muss ich natürlich Nein Die stehe Bist du warm wieder runter Bist du nicht, ich fall auch Nun, ey Was, die können hier runter vorhin Naja, super Jetzt verliere ich die Mepano Wie konnte ich die Mepano verlieren? Das sind immer so Leichtsinnsfelder am Ende Bist du ja, also Ich bin der Bist du und ein Bist du Bist du Bist du Bist du Nein Die Webkette jetzt auch Genau und jetzt machst du das oder was Na ja sowieso Das war's mit der folge wenn es euch gefallen hat abonnieren, kommentieren, postet nicht vergessen. Schaut bei den anderen Projekten vorbei. Bis zum nächsten Video. Ciao Out